Sie kommen aus Tibet und sie sind auf einer besonderen Reise, auf der Reise des Mitgefühls. Bei ihrem Stopp in Islamorada im US-Staat Florida ließen die buddhistischen Mönche die Meeresschildkröte mit dem Namen Drifter frei. Sie war drei Monate lang im Schildkrötenkrankenhaus vor Ort stationär behandelt worden. Wir haben das Gebet der Freiheit für die Schildkröte gesprochen. Wir haben gleichzeitig für alle Tiere gebetet. Mögen sie nicht leiden müssen. Mögen sie ein gutes Leben haben. Hunderte Menschen hatten sich versammelt, um diesen Akt des Mitgefühls mitzuerleben. Mit ihrer Reise wollen die Mönche zum Frieden auf der Welt beitragen, an das Mitgefühl der Menschen mit allen Geschöpfen appellieren und Ehrfurcht vor der Kreatur aufzeigen.